Auch für dich gilt Tempo 50? Ab hier. Top, die Rennfahrer hier. Guck mal, alles wieder offen jetzt. Jetzt können wir wieder... Weißt ja, hier musst du Schwung mitnehmen, ne? Ja, aber du hast mir den Mikro gekocht. Wie gesagt, einen haben wir noch. Anfahrt Bergwerk. In dieser Kurve-V-League einst ein gewisser Niki-Launa. Ui! Sag, als wenn du so einen Kurve zu weit ausfährst. Ui, ui, schön, 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 schön. Genau, schön raustragen lassen, genau. Wurde sie ja beendet. Oh, geil, Dodge Viper. Bam! Kleinen Spritzspann, ne? Genau, an vierten Schalten. Mh! So wenig los hier jetzt. Toll, top. So, ne? Voll. Was ist los? Kommt keiner von hinten, oder was? Nee. Komm, wir mal richtig austreten hier. Nein, es kommen nicht. Die alte Corvette legt mich am Arsch, ey. Ein Kombi! Ja, ha, 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 ha! Muss er jetzt nicht voll nehmen hier. Ist er am zweiten, oder was? Oh, ho, 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 ho! Die Spritkosten, die will man noch mal ... Genau, und die Lupe nehmen am Ende. Die walken auch immer überall unterwegs. Auf ne neue Schleife. Schön, schön, genau. Ja, 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 jetzt aufs Gas komm. Jetzt mal das Karussell innen fahren. Weil mein Platz ist. Ja klar, Christian, den nehmen wir uns jetzt. Ja, komm, den Porsche angeballert. Ach komm, den nehmen wir jetzt. Aber nicht zu, sonst fliegen wir hier raus. Ist mir schlecht. Bam, 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 bam. Wo ist er denn? Jetzt kommt was abgehängt. Alter, so ein Schmalspur-Porsche. Aus Bonn, top. Oh, der Hinten macht eher Druck, du. Ui, 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 du. Oh, Alter, du kannst doch nicht jeden vorbeigehen da, Mann. Oh, ich war auch gut Schräglage hier. Pfff, 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 pfff. Christian, höchster Punkt erreicht, ab jetzt, könnte ich schicke uns. Jetzt noch mal Felfel hinten auf hier. Ja. Mein Arm tut schon weh. Meine anderen benutzen jetzt hier. Und es fuhlt wieder unternehmen, die Kamera. Wir müssen jetzt nicht mehr Gas geben, nur noch rollen lassen hier. Dann wird das ein bisschen enger, die Kurven. Ja, ein bisschen bremsen. Ja, ja, bremsen ist auch nicht schlecht. Und von den Curbs wegbleiben. Ja, das sieht sehr gut aus. Ui, 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 ui. So mögen wir das hier. Achte, die ist täuscht, der hat einen scheiß Scheitelpunkt oben. Und die ist rangezogen, ja? Also die kommt hinten noch rum, ja, ja. Jetzt, wir verzögern bitte. Sturzgefahr. Oh, der Golf auch vorne, ey. Okay. So, hier. An den Zuschauerplätzen vorbei. Komm, wir winken mal hier. So, jetzt hier. Nicht zu schnell, obwohl ein Kiesblatt außen ist. Boah, ja, 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 ja. Der hätte jetzt durchziehen sollen. Ja. Jetzt kann man gepasst. Ja, deswegen. Immer diese Beifahrer. Christian, bremsen an Scheitelpunkt, voll verpasst. Ja. Zweite Runde. Zweite Runde, kann man mal was riskieren? Nein, eben nicht mehr. Aber jetzt ist die Strecke freier, das ist sehr angenehm. Die Strecke ist hier den Berg runter, du. Genau, Christian. Vor der Gruppe bremsen? Ja. Letzt aber auch extrem spät, der Bremspunkt leckt mich am Arsch. Ja, 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 schön raustreiben lassen. Ja. Guck mal, da hat uns gerade einer fotografiert. Genau. Ja, oder ihn hier. Mit drauf. Mit Klackensicherungen drauf.